was wollte ich half zur ehre ohne krieger zu mir und hätte mich vielleicht wirklich erst umgucken sollen und dann mit ihm reden okay hier ist noch eine miene das ist ein hinterhalt drohnenkrieger zu mir ihr wünsch wird gemacht wird gemacht mit half zur ehre hier werde ich zahlen ok da sind wahrscheinlich zwei steine greift die mich an das ist nicht so schön da ist noch nicht noch ein stein auch 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 Das war's für heute. Habe ich jetzt tatsächlich drei? Das wird ein Meisterwerk. Gut, wie viele waren es? Sechs Kleider. Das sind die hier. Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Oh, die können auch hier oben rumkommen. Das ist doch nicht so schön! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Netter Versuch! Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Okay, ein Feuerkristall wurde gefunden! Sehr schön! Das wird ein Meisterwerk! Was wünscht die Rolle? Alles klar! Oh, ich habe meine Heilerin verloren! Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! Hier! Mir nach! Und los! Die Rune ruft! Zu Befehl! Sollten wir den dann auch gleich mal benutzen! Kniet half zur Ehre! Und ja, ich sollte erst die Seite dann freiräumen! Also erst mal den hier unten! Der nervt nämlich ein bisschen! Oh! 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 Okay, mir ist gerade der da weggestorben. Oh ja, das wird ein Spaß wert, bis wir das hier richtig gekriegt haben. Ja, der Drachenstein strömt eine durchdringende Käthe aus. Deutlich spürt mal Ariens Macht. Der Feuerkristall beginnt stärker zu glühen, als der Kristall den Drachenstein... Mein Hammer wäre dichter Malmen. ...Lamme, während die Käthe den Stein zurückzweicht. Sie sind hier. Ruf die Miliz. Ein Antif. Mein Hammer wäre dichter Malmen. Was wünscht die Ruhe? Sie sind hier. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Erbärmlich. Netter Versuch, jetzt bin ich dran. Also ja, gut, dass ich die Zwerge... ...er wünscht... Netter Versuch, jetzt bin ich dran. Sie sind überall! ...schon so gut wie erledigt. Sie sind hier! ...dass ich die Zwergenrode gekauft habe. Also ja, und im Augenblick kann ich gerade nur die Seite hier halt schützen, weil wir haben keine Truppen. Dann haltet Männer! Halte durch, Männer! Feinde! Linien müssen halten! Den Wiffelten habe ich denn jetzt? Den Sexten? Das Gebäude ist fertig. So, für Verteidiger brauche ich eine Mondsilberhalle, eine große Waffenkammer und eigentlich mehr Ressourcen. Zum Beispiel Mondsilber, was es nur hier oben gibt. Mondsilber und Steine. Wird gemacht! Deswegen errichten wir jetzt erstmal eine Schmelze. Dann werfen wir mal einen Blick auf da oben. Okay, hier sind die anderen drei. Dann püff! Brunenkrieger zu mir! Sand halten, Männer! Schon so gut wie erledigt. Wieder ist die Heilerin gestorben. Feinde! Ich habe einen Feuerkristall gefunden! Sehr gut, das heißt wir können, wenn die Heilerin wieder lebt... Das Gebäude ist fertig! Ich muss gleich mal um den unteren hier kümmern. Da kommt nämlich hier gerade wieder ein Drache. Oh, der geht hier den Pass lang. Nee, nicht so toll. Schnell! Ich kann das noch mal wiederholen. Wie soll es sein? Ich kann das jetzt noch mal wiederholen. Und das jetzt noch mal wiederholen! Vielen Dank.